Das war doch ein sehr leckeres Sandwich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausgepackt. Heute auf der Xbox 360 bzw. im Xbox Live Arcade Marktplatz mit Comicjumper, welches im Rahmen des Xbox Game Fest heute erschienen ist. Letzte Woche erschienen Hydrophobia. Haben wir euch nicht vorgestellt, müssen wir auch nicht. Ist absolut kein gutes Spiel geworden. Jetzt mal gucken, wie Comicjumper abschneidet. Nächste Woche aber definitiv ein großartiges Spiel, nämlich dann kommt Meatball. Darauf freuen wir uns sehr. So, wir starten direkt das Spielchen. 1200 Punkte, also gut 15 Euro kostet dieses Spiel. Vielleicht, jemand ist robbing die King-Yums Bank & Trust. Oh, perfekt. Es ist nicht wirklich gut, Herr. Ich habe dich gefragt, Gerda. Star, auf dich. Ah, ich bin so leid. Was? Es ist Smilin' Zeit. Gerda, was du hier machst? Es ist ein Schuss, Kapitän. Ich habe jetzt schon einen Mindfuck. Oh, komm mal. Du hast mich wunderschön in einen Trapp. Gerda, ich bin sehr verreicht. Ich bin sorry, ich habe keine Wahl. Sie hat immer eine Wahl. Kapitän, er hat ein Butcherknife auf meinen Kopf. Er sagte, er würde meine Augenbeln wegwerfen und sie essen, während er es aus meiner Kopf hat. Was wolltest du, mich zu tun? Well, du kannst du nicht machen, Gerda. Weil, letztendlich, wir müssen mit den Konsequenzen unserer Aktionen leben. Okay. Würdest du bitte untie mich, bevor die Bank explodiert? In einem Moment, einfach... Hold dein Horses. Ja, shut it. Und wie für dich, Dr. Winklemeier, ist es robbing eine Bank ein bisschen low für den absoluten Monarch von, äh, woher es ist, du bist? Ich will nicht Geld, Kapitän Smiley. Diese Bank hat freiwillig, keine Verzügezgezzeichen. Aber was passiert, wenn du willst Carbon Copy Checks instead of Standard? Fee! Was passiert, wenn du Teller benutzt, um die Banken zu machen, instead of ATM? Fee! Was passiert, wenn du ein Badrums auf Lobby-Kauts machen möchtest? Äh... A Fee? Nein, zwei Kauts von öffentlichen Indecentie, drei Monate von Gemeinschaftsservice AND A Fee! Ja, das mit den Bankgebühren kennt man ja zu gut. Das mit den Sofa-Pinkeln vielleicht nicht jeder von euch, aber der eine oder andere bestimmt auch. After I destroyed this house of lies using my crew RadioTron, all of FunShine Springs will be praising the name Dr. Winklemeier! So. Okay, der Humor stimmt schon mal Die Aufmachung ist natürlich, wie man es hier schon sieht Und auch am Titel ahren konnte Wie in einem Comicspiel Und was das Spielchen ist, das erkennt man jetzt auch schon Durchdrücken der X-Taste Ja, es ist ein Brawler Ja, vielleicht sollte ich sie erstmal befreien Kann ich das überhaupt? Das ist schon so richtig, sodass wir nach rechts stürmen Steuerung wirkt aktuell ein wenig schwammig Das ist so eine leichte Verzögerung, wenn ich von rechts nach links drücke Durchdrückende A-Taste wurden die Gegner auf beiden Seiten des Mutigen Käpt'n fortgeschleudert Ja, obwohl kein Schaden Okay Okay Okay, mit X greife ich normal an Sieht man hier ganz gut Und wenn ich den A-Knopf drücke, dann schlägt er in beide Seiten Und wenn ich den A-Knopf drücke, dann schlägt er in den A-Knopf drücke Okay, Winklemeier So, wir überspringen das mal, sonst haben wir nachher keine Zeit mehr Der Humor ist auf jeden Fall gelungen Ich denke mal, das kann man durchaus schon sagen Ah, Frauen Frauen Oh, ich hab Wachen Okay, und ich kann mittlerweile auch springen, und zwar mit dem A-Knopf Ah, Dr. Smiley erschießt Frauen Dr. Smiley, Quatsch Captain Smiley Mach's nicht Hochspringen Ja, gut Ich bin ein wenig zwiegespalten Also, was ich jetzt schon gesagt hab Der Humor gefällt mir ganz gut Die Steuerung Absolut gar nicht Und die Grafik Auch nicht Ich versteh auch gerade nicht so ganz, wie ich hier überhaupt abwehren soll Bis wahrscheinlich einfach durch Angreif Jetzt hängt er sich wieder ran Nein, runter Und tot Kleine Mega-Man-Explosion Na gut, weiter geht's Was ich an solchen Spielen einfach hasse Mir ist das immer zu unübersichtlich So, jetzt klärt er mal rüber Ach, voll ernst Einfach durchlaufen Weg Ah, Helikopter Geh, klettern und Oh, Gott Was ist das für eine beschissene Steuerung Gelb hält mir nicht Ich kann auch nicht klettern und währenddessen schießen Das ist natürlich Richtig ideal In so Na Situation Ich denke, ich bin auf Ich denke, ich gehe auf Good guess, oh brillian NOO 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 Durchlaufen, 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 okay, das hat Stile, ich nenne mich gerade so ein Gunstar Hero. Quick-Time Events, aktuell leichte Quick-Time Events, kann ich mir gut vorstellen, dass es im Laufe des Spiels ein wenig schwerer wird. Ich kriege wieder volle Energie bitte? Nein. Ich denke mal, das war gerade auch ein Checkpoint. Der läuft doch ein bisschen, also er läuft zwar irgendwie nicht falsch, aber ein bisschen langsam dafür, dass er so sprintet in der Animation. Ja, oben rechts, Lebenspunkte des Endgegners. Waaaaat? Waaaaat? Ein bisschen mehr Energie wäre ganz gut. Ach, scheiße. Ja, jetzt vielleicht nochmal mit voller Energie. Dankeschön. Sonst ist das noch normal. So. Raketen kann ich auch abschießen. Scheiße. Oh, das klappt nicht so, wie ich das gerne hätte. Komm schon, Brad, wo bist du denn? Okay. Hinter den Klimageräten verstecken, vor den Brandpaketen. Aber das ist ja absolut gar kein Problem. Was kommt da jetzt? Da kommen wieder Raketen. Gehe ich mal von aus. Also bleiben wir gleich mal hier stehen. Und dann werden wir ihn jetzt mal besiegen. Und während ich ihn jetzt besiege, mein kleines Fazit zu diesen ersten Minuten des Spieles. Humor gefällt mir sehr gut. Gameplay, glaube ich, ist einfach nicht meins. Ganz, äh, subjektiv betrachtet. Ähm, Gameplay gefällt mir durchaus. Steuerung, da habe ich so meine wirklichen Probleme mit. Aber, naja, kein Spiel für mich. Zumindest nicht für 12 Euro. Aber ich denke mal, Fans des Schauffers werden nichts falsch machen. Ich sage jetzt schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Na, ich würde sagen, wir sind übernommen, unsere eigenen Prazen, Star. R.A.D. Bracken.